Heute ist der 15. Dezember. Hallo und herzlich willkommen bei Santiago's Adventskalender. Mein Name ist Juri Tetzlaff und ihr kennt mich vielleicht aus dem Kika-Baumhaus. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Genießt Weihnachtsmärkte, Glühwein, Punsch, Lebkuchen, Bratwürste, was auch immer ihr gerne habt. Und lasst euch von dem überraschen, was hinter diesem Adventskalender Türchen ist. Heute könnt ihr gewinnen das Schwamose-Spongebob-Album. Hm.